So, weiter geht's. Ich hab mal kurz einen Cut gemacht. Ja, ein bisschen mehr. Da haben wir hier komplett alles durchgehen jetzt. Mal schauen, 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 was Blatt da oben sagt. Blauer. Na, das ist rot. Oh, das ist ein Splat. Wenn wir im Matsch machen können. Das ist ja, glaub ich, grün war das, ne? Ich muss jetzt kein Splat mehr. Ich bin mit dir fertig bin. Dankeschön. Ich hab den gucken. Ich hab den noch in Ruhe. Feuerfrau. Hätten da einen Weg? Der einzige Weg wieder zurück, ne? Da sind noch Nummern für. Ich muss überlegen hier so. Nein. Nachdenken. Alter Schwede. Das ist auch immer gut bei dir, ne? Ja, jetzt haben wir alles. Wir kommen ja hier raus. Stimmt, ja. So, den haben wir offen. Doch, weg. Geh. Doch, einfach weg. Weg. Okay, kommt hier einfach noch da hoch. Ah, da haben wir auch das Lab. Und da oben ist ne Nummer. Ne, hier ist nur das. Da geht's auch weiter. Oh, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay. Dann haben wir den hier. Wir haben den rot. Ah. Okay. Also frei boxen mit Junkie und dann mit Donkey Kong weiter geht. Ich gehe wieder mit den Maus. Rein da! Hä? Nein, oder ich nicht? Na ja, lass doch nicht. Jetzt kann ich nämlich super schnell rennen. Ja, na. Aush, Stand Sprint. Ist das Upgrade für alle? Super duper semi-slam, ok. Da müssen wir alle mit allen rein einmal. Der letzte wäre nämlich Junkie. Wenn ich da rein würde, könnte ich ihm das öffnen. Könnte da mit Donkey Kong weitermachen. Ne, will ich nicht. Dann muss ich jetzt einmal durchgehen. Vielleicht kommt irgendwas. Ich weiß, dass mit Junkie sowieso was kommt. Das ist gar nicht was der an der Plattform angekriegt. Wenn Tiny noch was bekommt. Sprint war ja klar, dass Lenky das bekommt. Das hat jetzt ja unten noch gefehlt. Und hier wäre es ja auch. Hätte man es auch nutzen müssen. Nope. Ja. Ich sehe den noch. Monkey... Port... ... ... ... ... Ah. Denki haben wir gerade. Alter, da will ich doch mal mit Donkey Kong nehmen. Das können wir gleich machen. Erstmal das hier. Das alles haben. Must be a new car. Hm. Was ist denn Sim? Gorilla Garten. Wer ist Sim? Ok. Und ich weiß das glaube ich. Marget weiß jetzt lieben? Ich glaube schon. Ich geh da mal rein. Sicher sicher. Sicher sicher. Nope. Ah ok. Also war doch alles ok mit Donkey Kong. Guck mal schwarz die ganze Zeit nur verplempert. Um alle... Donkey Kongs hier zu machen. Oh shit. Mal schauen jetzt. Ah ok. Das geht mal wieder nicht. Ich will doch nicht an der Triangle Spiegel. Ich wollte doch hier gucken. Mit den... Ach da ging auch ok. Wie denn? Ah da ging auch ok. Das heißt weil wir zerbrechen. Untertitelung. BR 2018 Nice. Wenn wir Donkey Kong hätten wir fast schon alle 70 voll. Also wenn ich 70 voll habe, werde ich dann abgeben. Oder werden wir dann missen? Oder würde ich hier so richtig sammeln? Muss mal gucken. Die muss ich mal kurz umsetzen hier. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah ok. Oh hier gibt es Bananen. Ah hier gibt es 3 Fässerauswahl. War voll da ernsthaft daneben geschossen. Ich glaube es nicht. Na rein da, wenn wir jetzt ein bisschen Spaß dran haben. Bisschen Stuhl, ne? Die quietschen ganze Zeit. Da hätten wir, da hätten wir. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Hey, echt. Ich kann ja auch gar nicht was man hier kriegt. Ob man eine Banane kriegt, ich habe jetzt nichts gesehen. Ich habe jetzt nichts gesehen. Da hinten entöffnet sich, ist es vielleicht was. Ja, da waren noch Bananen, die ich nicht gekriegt habe. Die Mitte war noch. Ja, wir machen die Folge ein bisschen länger. Machen wir das jetzt einmal. Das habe ich schon wieder nicht bekommen. Na gut, ich mache einen kurzen Cut. Mach das einmal komplett durch. Und dann sehen wir, was vielleicht falsch ist. Bis gleich. Bis gleich. Manuel �